Hallihallöchen, liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Trine 2. Wir haben mit dabei mein kleiner, stachliger Kumpane, der sich mit den Stacheln hier gleich paaren wird, der Zarkon. Hau dir Leute, nein, ich werde mich damit nicht paaren, geh weg damit. Nein, das ist immer so stachlig, du weißt ja, Luftlöcher und so. Ja, ja, wie du... Dann läuft wieder mein Körpersaft aus, nee, nee. Was haben jetzt Luftlöcher mit Körpersaft zu tun? Hä? Luftloch im Körper, dann läuft das Saft durch das Luftloch nach außen. Durch das Luftsach... Luftsachloch. Du kennst dich doch aus. Natürlich. Bist doch gelernter Doktor, aua. Was brauchst du da eigentlich? Ich will es nur blockieren. Aua. Au. Außer komme ich an die Kiste, da oben ist der Checkpoint. Wie hast du das nach da oben geschafft? Ja, ich bin gestorben und da oben ist der Checkpoint. Cool. Guck mal, jetzt können wir einfach rüberlaufen. Wart mal. Lustig. Checkpoint. Ah. Ah. Okay, das war blöd. Ja. Aber da oben sind wieder Kugeln, da würde ich gerne rauf, aber... Ach komm, da müssen wir mal auf die Kugeln verzichten. Ah. Ich habe jetzt leider keine Kisten mehr frei und jetzt hier rüber... Oho. Gut, wir haben es geschafft. Scheiße. Oder du hast es geschafft. So, warte mal. Ich habe jetzt hier gerade mal irgendeinen Hebel umgelegt. Keine Ahnung, was der betätigt hat. Au, 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 au. Okay. Der Hebel ist, dass die ersten Schlacheln nicht mal runterfahren, glaube ich. Ach so, verstehe. Oh, hier ist so eine... Ah. Ah, ah, au, 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 au. Au, 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 au Perlen. Wie kommen wir da ran? Wir brauchen irgendwas, um dieses Ding wegzudingen. Oder zu blockieren oder so. Ja, blockieren war das Wort. Womit denn? Ich hab hier so ein... Kann ich da was draufstellen? Ja, du kannst da was draufstellen. Kommst du da irgendwie jetzt runter? Ja, doch, es geht tiefer, es geht tiefer. Und? Kommst du da rum? Ja, wir bräuchten noch ein oder zwei Kisten. Warte mal, hier ist nämlich noch schon ein Schalter. Oh, oh. Warte, ich nehm mal hier mal wieder die kleine Lady hier. Die kleine Lady. Wie viel hält denn der aus? Oh, ist denn noch mehr? Sogar einer mit Schild. Mir ist da oben übrigens gerade so ein kleiner Vorsprung aufgefallen, den wir wegsprengen können. Das müssten wir gleich mal unbedingt machen. Oh Gott. Ich mach schnell Fischstäbchen aus den Kerlen. Dann können wir das gerne probieren. Da wollte mich so ein Fisch irgendwie von hinten... Weiß ich nicht. Irgendwas wollte er mit mir von hinten machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er dir da seinen Dreizack zeigen. Ach so. Das könnte unmöglich gewesen sein. Das könnte sein. Hier, da oben, da oben, da oben. Wo, das ist ein Vorsprung, oder wie? Ja, da sehe ich so einen Kopf. Werfen wir da drauf, bitte. Bam. Wuhu. Ah, den liegst du drauf, genau. Kannst du die Lösung sein? Ja. Und was kriegen wir? Ja, diese komischen Bläschen. Yeah. Damit wir wieder leveln können. Damit sie auch morgen noch kraftvoll leveln können. Schön. Ne, dann müssen wir nach oben die Maschine... Mach der Epe was kaputt, ne? Richtig. Genau, dann müssen wir erst nach oben. Aber das wissen ja unsere Zuschauer gar nicht mehr. Aber wir wissen es. Okay. Keiner was... Natürlich alles blind. Ah, hat keiner was gehört. Ähm. Du musst mal wieder deinen Hammer nach hier oben werfen, bitte. Mein Hammer? Ja, deinen großen Hammer, den du aus deiner Hose herauszaubern kannst. Mein riesiges Geschoss. Ähm. Oh, warte, ich fange. Und boom. Immer so geil, immer vorbei. Aber ist auch blöd, mit dem Ding zu erzielen, ganz ehrlich. Ah, wie kommen wir denn jetzt hier hoch nochmal? Äh, Kiste, Kiste, Kiste. Warte, da geht es ja mit... Ah, guck mal hier. Mit ihr hier geht es auch. Okay, dann... Ah, ja, du musst das oben zusammenbauen. Ich drücke in den Schalter. Ähm. Warte, ja, okay. Gut, dann muss ich das so zusammenzimmern. Ähm, wie ging das denn nochmal? Kannst du eigentlich, wenn du da unten den Schalter betätest, mir da oben zugucken? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, ich bin tätig immer. Ob das geht? Ja, Kamera gehen nach oben. Okay. Ähm, so, wie waren das jetzt nochmal? Dann, glaube ich... Es klingt, als würde etwas klemmt. Äh, so? So? Ja? Könnte richtig aussehen. Probier es mal. Warte mal. So ein bisschen Schropfen da oben noch dran machen. Nein, funktioniert. Perfekt. Ich habe es wieder kaputt gemacht. Es kann gar nicht funktionieren. Es funktioniert aber trotzdem irgendwie. Warte mal, du musst mir mal ganz kurz mal bitte dein, 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 ähm, Kriegerchen geben. Hier oben ist nämlich noch... Äh, 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 äh. Versuchen wir es. Du brauchst mein Kriegerchen. Ja. Weil ich muss hier nämlich so ein tolles Versteck kaputt machen. Da-da-da-da. So. Jetzt haben wir wieder ein paar Bläschen bekommen. Äh, und wir können jetzt, äh, was können wir jetzt... Ach ja, richtig. Man musste ja hier das Ding da ranschieben, richtig? Äh, ich halte die Kiste und du füllst wieder Wasser ein. Alles klar. Also, diese Fasskiste ist es ja nicht. Jo, da oben ist der Hebel und den betätigen wir jetzt mal. Aber, aber mach mich nicht nass dabei, ja? Ach nein, ich roste. Oh mein Gott, ich roste. Ich roste. Nein. Äh, kommen wir hier irgendwie hoch? Nee, ne? Doch. Warte. Doch. Yay. Wobei, ich mich frage, wie das geht mit meiner 10-Kilo-Rüstung, aber okay. Du hast mächtige Beine. Also, ich hab mächtige Beine, kleinen Stümmelchen da unten. Ach, die werfen Beine drei Zacks. Ach, von beiden Richtungen. Scheiße. Nein. Ach. Das hast du toll gemacht. Scheiße, ich bin tot. Oh, spinni. Friss Kiste. Ich sag dir, friss Kiste. Los, bau uns ne Kiste zur Verteidigung. Du bist tot. Was ist los? Scheiß Viecher. Was machst du da? Ich versuche mich am Leben zu halten. Scheiße. Ja. Der Zauberer kann ja gar nix. Das stimmt. Deine Niete. Oh, das soll er wieder. Das ist ein toller Checkpoint, muss ich jetzt schon sagen. Ja, ihr Levelaufstieg. Schieß ihn mal ab, ich block dabei. Alles klar, das finde ich gut. Ja, Teamwork. Du weißt es doch. Wie viel er einfach aussehe, guck mal. So, schieb ich denn schon. So, warte mal, ich hab einen Levelaufstieg verfügbar. Ich investiere das jetzt einfach mal in Monster schweben lassen. Das, glaube ich, ist sehr praktisch, ja. Ja, jetzt kann ich die Monster nämlich umherziehen und... Oh Gott, da wäre ein Checkpoint gewesen. Einen Block weiter. Toll. Wie war denn das jetzt hier? Schwing dich einfach rüber mit der Dame. Nee, ja, oder so. Warte mal. Das ist doch viel, viel einfacher. Da ist nämlich wieder ein Buch zu lesen. Guck mal. Ach, sieh mal. Ah, ja, ein Buch. Wieder Geburtstag. Dann reden wir doch mal. Das geht aber hier echt wie am Fließband mit den Geburtstagen, ne? Guck mal, hier unten ist ein kleines Gefährt. Oh, das ist irgendwie versperrt, das Gefährt. Da drüben gibt's nochmal ein Haufen Erfahrungskugeln. Äh, ja. Kannst du mir mal deinen Hammer ganz kurz hier irgendwo hinwerfen? Bitte? Wo? Ach so, einfach irgendwo. Ja, ja. Irgendwo mal so auf den Boden schmeißen oder so. Bip. Ja, der ist, glaube ich, zu weit weg. Der ist, ja. Warte, ich schmeißen nach rechts. Ich muss den aber fangen. Ja, das ist... Ja, ich glaube, ich habe ihn. Bam. Okay. Guck mal, da kommt das rollende Gefährt. Oh, schnell durch. Du hast mich umgebracht. Hab ich gar nicht. Wirklich. Ich war es nicht. Wie gesagt, du hast mich umgebracht. Oh nein, es rollt weg. Warte mal. Du bist der letzte Überlebende so nebenbei. Warte, warte. Was machst du? Nach links. Da ist Säure drauf. Egal, nach links. Ich baue mir mal so ein kleines Schutzhäuschen. Das fällt um. Voll Gas. Oh, oh. Voll Gas. Okay. Ja, check rein. Gott sei Dank. Filter. Flabber. Ähm. Oh, guck mal, ich kann das mal so wegkippen. Bringt das was? Nö. Na doch, wir können ganz gemütlich weiterlaufen. Aber du musst das da rechts kippen, oder? Äh. Oh, oh. Oh, oh. Und jetzt? Äh, die Brücke hoch. Also diese Planken. Warte, 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 warte. Was denn? Ich wollte als erster. Ach so. Ja, ich bin nicht als erster gewesen. Weil du ein kleiner, schleimiger Zauberer bist, deswegen. Klein und schleimig. Ja. Das bin ich. Ah, ich geh mal hier hoch. Guck mal, ein Glubschi. Ah ja, der ist wirklich glubschig, der Typ. Ähm. Was bringt das jetzt, dass ich hier bin? Das verstehe ich nicht. Aha. Hey, wie getan. Ja. Du bist für die Ablenkung zuständig, ich tue mir. Hey. Da schubst du mich runter, das Ding. Töte es. Ich versuche es. Das ist nicht so einfach. Nee, ich glaube, du musst... Ah, guck mal, da vielleicht so ein Tentakel-Ding da auf der anderen Seite. Was machst du denn da? Ich habe keine Ahnung. Tentakel-Teile auf der anderen Seite da irgendwie verletzen. Oder irgendwie sowas. Welches Tentakel? Ach, du hast wieder ein Auge ganz links. Ach so. Ja, das Auge dann. Zeig mir deine Augen, Baby. Yay. Ah, jetzt können wir nach Rättsguck. Jetzt kann ich aber auch hier wieder in die kleine Rolle... So, ey, so, yay, so. So, yay. Soja... Soja-Milch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, ein Spiegel. Spiegel, ein Spiegel an der Wand. Sieht wie einer von Rosabells Spiegel aus. Rosie, wo bist du? Sieht mir aus wie Stargate, aber hey. Vielleicht nur noch diese Ziffern da oben. Genau. Juhu, Space Jump. Juhu. Planet 7, 8, 3 Y. Hm, warum sind wir jetzt durch den Spiegel? Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Arme Isabel. Ich fürchte, ihre Magie hat den Wald verflucht. Aber wenn ihr mir das Artefakt gebt, können wir den Zauber am Ende brechen. Nein, wir werden euch begleiten und euch helfen. Ich fürchte, das geht nicht. Warum geht das nicht? Hm. Das ist aber ein großer Wink mit einem Zaunfall, würde ich sagen, oder? Schon ein bisschen, ja. Naja, gut. Oh, guck mal, da oben ist irgendwas. Siehst du es? Oben links. Ist das Feuerding? Nee, ganz oben links. Das ist oben rechts. Achso. Hier, die Seite. Verzeihung. Es ist kalt. Ja, ich friere, Mann. Ähm, ja. Geh mal ganz kurz runter da. Natürlich. Weil das war ein Riesenwink mit einem Zaunfall. Wir müssen uns einfach nur ganz kurz irgendwo verstecken. Wo er uns nicht sieht. Und das ist da oben. Und jetzt machen wir ein Picknick. Jo. Ich glaube, er guckt jetzt nach. Wo sind sie hin? Ich lifte mich. Er und Licht spielen. Ich lifte mich nicht. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Guck mal. Der Kobold. Stirn. Oh, da oben ist ein Erfahrungsbläschen jetzt. Ah, vorbei. Vielleicht kommt es auf uns irgendwann geflogen oder so. Das habe ich mir auch gar gedacht, aber anscheinend nicht. Aha. Siehste? Oh. Guckisches Eis. Au. Falle. Au. Nochmal. Au. Scheiße. Warte mal. Hier war doch irgendwo ein Checkpoint. Nee, doch kein Checkpoint. Da oben ist ein Kobold. Äh, ich kann ihn ja auch sehr gerne runterholen. Nee, geht nicht. Aber warte mal. Vielleicht geht das ja. Wow, das war eine miese Wortwahl von dir. Hey, ich kann ihn runterholen. Say what? Ich glaube, wir brauchen unseren ritterlichen Rittersfreund. Warum geht denn so was? Das ist ja zum Kotschen höher. Aber da war jetzt gar kein Checkpoint, oder? Weiter hinten, glaube ich. Hier, ja. Ah. Gut, der treue Rittersmann. Falls du mal wieder nicht treffen solltest, ich habe noch meinen Zauber für dich. Ja, ich treffe immer meine Ziele. So, warte. Zack. Können wir hier auch irgendwas? Äh, mit der Kiste vielleicht. Äh. Gegen das Holz. Kiste. Boom. Nö. Fester. Irgendwie rüber. Kann Zoe damit was anfangen? Ach, warte mal. Mir fällt da gerade was ein. Kiste hoch, Zoe rüber. Na? Yeah. Aha. Genau, so sieht es aus. Dann rante. Oh, hier oben ist noch richtig viel. Da bräuchte ich mal dein Kriegerchen wieder. Oder dann. Oder so. Du kriegst nur meinen Hammer. Ach, schade. Es ist zwar zu kurz. Das geht nicht. Na? Ich glaube, der hat noch eine bestimmte Reichweite. Ich kann ihn nämlich nicht... Geht nicht. Dann mach's selber. Mach's selber, ja. Mach's dir selber. Ich kann ihn gar nicht werfen. Warte mal. Hast du den Skill nicht? Du hast deinen Skill nicht mehr. Habt das kaputt gemacht? Ja, okay. Es geht auch so. Ach so, okay. Ja, dann haben wir jetzt alles. Oh, nee. Was ist los? Wir brauchen wieder eine Zauberkünste. Ach, nö. Da muss die Klappe aufmachen. Ich hab meinen Hammer verloren. Schmeiß mal gegenüber dran. Aber wir brauchen oben das Wasser. Ähm. Wie macht man das? Bedeutet, du musst den... Ja, warte. Hä? Moment. Geh erstmal auf die andere Seite. Geh erstmal da drüben hin. Ja, wie soll ich denn da drüber gehen? Da ist eine Schlucht, Mann. Warte. Ah, nein. Nicht so. Moment. Schwing dich am besten hier auf die Plattform und dann spring weiter. Höp. So, ich hab mich geschwungen. So, mach du das. Mach auf. Mach auf. Mach auf. So. Pew. Und? Das tropft eh direkt drauf, oder? Ja. So, okay. Was haben wir jetzt hier? Oh, da wachst was. Da wachst was? Da wachst was. Mal gucken mal. Oh, yeah. Ah, Jump'n'Run-Einlage. Schwingbeer-Pilzer. Pilzsuppe mit Knödel. Ist das das Ziel, jetzt hier oben hinzugehen? Sieht so aus, ne? Ich denke mal. Oh, da ist eine Riesenblase da oben. Oh, guck mal, hier links geht's weiter. Oh, cool. Ja, ich komm aber nicht rüber. Oh, ein Schneemann. Ein Schneemann. Was ist ein Schneemann? Äh. Äh, ich würde auch gern rüber, aber. Wieso kommst du nicht rüber? Ja, weil ich jetzt rechts bin, nicht links. Na, da brauchst du einfach nur hier runterspringen. Ich hab Höhenangst. Und hier kam einfach ein Schneemann aus der Erde geploppt. Wann ist da ein Schneemann? Ich weiß es nicht. Da ist doch bestimmt was versteckt da oben, oder? Das glaub ich auch. Hä? Hier ist eine unsichtbare Decke. Oh mein Gott. Unsichtbare Decke, ja. Magie. Was ist Magie? Oh mein Gott. So, was ich jetzt hier hab. Ist das vielleicht ein Easter Egg oder so? Das könnte gut möglich sein, aber. Ich bin hier der Schneemann. Wir müssen Tschüss sagen. Ja, leider. Ah, das rutscht. Nein. Hui. Was haben wir? Ja. Goblins, ne? Bis zum nächsten Mal, oder? Dann bis zum nächsten Mal. Bei Train 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.